Und wir schauen auf die 1145 Viscount Hannoveraner Hengst, Tom Valentino mit Katja Thomsen im Sack. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Und wenn sie tanzt, ist sie weranders, ist sie weranders. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch die 1145 Viscount Hannoveraner Hengst.